Hallo, ich bin eine KI bewundert, meine Kunst. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonFZ04 und in diesem Video geht es um KI-Kunst bzw. AI-Art. Die Bilder, die ihr gerade seht, habe ich auf meinem Computer generiert und ihr könnt das auch. Komplett for free, komplett kostenlos, folgt einfach den Installationsanweisungen. Okay, gut, fangen wir einfach direkt an. Allererst braucht ihr eine NVIDIA-Grafikkarte. Bei AMD-Grafikkarten ist es ein bisschen anders. Ich kann da leider kein Tutorial zu machen, weil ich keine AMD-Grafikkarte habe. Alle NVIDIA-Nutzer können diesem Tutorial ganz entspannt folgen. Gut, was braucht ihr noch? Ihr braucht Git-Link in der Videobeschreibung. Alle Links sind natürlich ab jetzt in der Videobeschreibung. Nur so viel dazu. Ihr klickt einfach dann auf den Link in der Videobeschreibung und dann ladet ihr euch das Windows-Setup runter. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein für die meisten von euch. Dann geht ihr auf den Link von Python, ladet euch das Ganze auch runter. Das sind erstmal die ersten zwei Sachen, die ihr braucht. Habe ich natürlich schon runtergeladen in meinem Downloads-Ordner, die beiden Sachen. Ich installiere Python. Einfach starten. Hier unten das Häkchen machen. Ganz wichtig. Add Python to Path. Das Häkchen machen. Und dann Install Now. Und zack. Abgeschlossen. Close. Und dann installieren wir jetzt noch Git. Wir werden natürlich der Lizenz zustimmen. So wie immer. Next. Wir installieren das Ganze auf C. Next. Existiert bereits. Ja, ich hatte es schon mal installiert. Ja, überschreiben wir. Und wir lassen die Häkchen alle so, wie sie hier sind. Es sei denn, ihr wisst, was ihr macht. Ansonsten lasst einfach die Häkchen. Da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt, wenn ihr die Häkchen so lasst. Und dann Next. Und dann drückt ihr einfach immer Next. Es sei denn, ihr wisst, was ihr tut. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tut, lasst alles so. Drückt immer auf Next, so wie ich das jetzt mache. Und dann am Ende auf Install. Wupp. Schon ist es fertig. Macht ihr das Häkchen raus. Few Release Nodes interessiert uns nicht. Und Finish. Nun haben wir das Wichtigste installiert. Jetzt gehen wir auf einen beliebigen Lernordner, den wir irgendwo erstellt haben, wo wir das Programm hin installieren möchten. Ich habe ihn jetzt auf lokaler Datenträger E erstellt. AI Art habe ich ihn genannt. Da gehen wir rein. Ihr könnt ihn natürlich zum Beispiel auf C machen, einfach, wenn ihr kein E habt. Gut. Erstellt ihr euren Ordner einfach auf C oder E oder auf irgendeinem Laufwerk. Einen leeren Ordner. Geht oben in die Adressleiste und gebt dort ein C, ähm, D und drückt dann Enter. Dann öffnet sich die Eingabekonsole. Und was gebt ihr dort ein? Ihr braucht dazu erstmal einen Link. Den findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und zwar zu der Stable Diffusion Web UI von Automatic 1111. Den Link kopiert ihr einfach, kopieren, geht zurück zu eurer Konsole und gebt dort ein Git, loan, Leerzeichen und dann STRG V für einfügen. Zack. Und dann habt ihr dort den Link. Das gebt ihr einfach so ein. Also STRG plus V. Also beides drücken, STRG und dann gedrückt halten und dann V. Und dann habt ihr dann den Link drin. Wenn ihr ihn vorher kopiert habt, drückt Enter. Und dann wird das Ganze runtergeladen. Das dauert kurz einen Moment, geht aber eigentlich relativ schnell. Und zack, bumm, schon fertig. Gut, dann habt ihr den Ordner Stable Diffusion Web UI nun in eurem vorher leeren Ordner. Dort kommt aber noch was rein. Es sieht jetzt eigentlich schon relativ fertig aus. Aber wenn ihr bei Models reingeht und dann bei Stable Diffusion reingeht, steht hier Put Stable Diffusion Checkpoints hier. Wir haben hier keine Stable Diffusion Checkpoints und die brauchen wir unbedingt. Da gehen wir dann wieder auf einen Link zu Huggingface.co und dort können wir die Checkpoints runterladen. Da haben wir bei Download Rates, wie wird das ausgesprochen? Keine Ahnung, mein Englisch ist nicht so gut. Ich glaube Rates. Da haben wir SDV14 Checkpoint, also CKPT steht für Checkpoint. Und das Ganze nochmal als Full EMA Checkpoint. Ich habe einfach mal beide runtergeladen. Ihr müsst euch dazu hier einfach einmal registrieren. Und anmelden. Dann könnt ihr das Ganze runterladen, weil ihr müsst nämlich hier diese Lizenzvereinbarung da akzeptieren. Einmal. Ihr müsst einmal hier draufklicken. Akzeptiert das einmal. Und dann könnt ihr das Ganze runterladen. Okay. Gut. Habt ihr das gemacht? Habt ihr das runtergeladen? Euch angemeldet? Runtergeladen? Dann habt ihr das in eurem Download Ordner. Ihr braucht nur eins von beiden. Ich verwende jetzt mal die kleine, die 4 GB und das ist die kleine Version. Die Version verwende ich jetzt einfach mal und kopiere mir die hier rüber. Kopieren. Gehe in meinen Ordner. Falsch. Gehe in meinen Ordner. Put Stable Diffusion Checkpoints hier. Wenn ihr diese Textdatei gefunden habt, ich zeige es euch nochmal. Ihr geht Stable Diffusion Web UI rein. Dann Models. Dann Stable Diffusion. Und dann steht hier diese Textdatei. Die lasst ihr da. Und dann fügt ihr das einfach hier ein. Gut. Ihr seid ready. Nennt das Ganze einfach um. zu Model. Model. Checkpoint. Also Model. CKPT. Geht zurück. Zu dieser Seite. Also zu dem Ordner. Und dann habt ihr hier unten eine Batch Datei. Web-User-Windows-Batch Datei. Die könnt ihr einfach mit Doppelklick öffnen. Und dann werden hier noch einige Ordner erstellt. Und so weiter und so fort. Dateien runtergeladen. Das dauert ein bisschen. Lasst euch davon nicht abschrecken. Das ist nur beim ersten Start so. Dass das ein bisschen dauert. Später startet das in Sekundenschnelle. Werdet ihr merken. So. Damit ist es auch beendet. Steht dann irgendwann. Running Local URL. Und dann die URL hier. Die braucht ihr. Irgendwann steht das hier. Und dann ist das Ganze installiert. Und startbereit. Beim nächsten Start geht das Ganze auch deutlich schneller. Könnt ihr jetzt auch nochmal sehen. Einfach. Jetzt sind hier ein paar mehr Dateien. Einfach wieder die Windows-Batch Datei. Doppelklick. Und jetzt beim zweiten Start geht das Ganze wesentlich schneller. Und dauert nicht mehr so unglaublich lange. Also es hat jetzt bei mir keine Ahnung 15, 20 Minuten gedauert. Das Ganze dauert dann beim zweiten Start dann nur noch wenige Sekunden. Und zack, bumm. Da ist es dann schon. Dann habe ich schon Running Local die URL. Die URL brauchen wir. Die kopieren wir uns einfach mit STRG-C. Und gehen in den Webbrowser unserer Wahl. Machen einen neuen Tab. Kopieren das oben rein. In die Adressleiste. Und dann öffnet sich das. Und das Ganze sieht dann so aus. Kann sein, dass ihr jetzt NoScript oder ähnliches installiert habt. Und das Ganze blockiert wird. Ihr müsst das dann natürlich erlauben. Aber da denke ich mal, weiß jeder, der ein NoScript installiert hat, weiß dann Bescheid. Gut. Stable Diffusion Checkpoint. Da wählen wir dann einfach unseren Checkpoint aus. Den wir benutzen möchten. Zum Beispiel Model Checkpoint 7460. Blablabla. Und geben dann unsere Anweisungen ein. Zum Beispiel könntet ihr eingeben. Cute, beautiful, Japanese Girl, Red T-Shirt, Outdoor Forest. Als Beispiel. Ich drücke hier einfach mal auf Generate. Mal gucken, was wir rausbekommen. Das dauert einen kurzen Moment. In der Konsole sieht man dann hier die Ladebalken auch nochmal. Was eigentlich passiert. Und dann bekommen wir ein Cute, Japanese Girl. Das Gesicht ist ein bisschen kaputt. Wie ihr seht, da gibt es Restore Faces in den Haken. Und dann versucht er die Gesichter wieder herzustellen. Das Ganze muss aber erst installiert werden. Wenn ich jetzt auf Generate drücke. Dann generiert er das Bild. Und anschließend lädt er noch die nötigen Dateien für die Gesichtsrekonstruktion herunter. Und dann kann er das auch machen, wenn da überhaupt ein Gesicht zu sehen gewesen wäre. Gut. Es ist natürlich immer ein bisschen random, ein bisschen Zufall, was generiert wird. Aber jetzt sieht das Gesicht schon wesentlich besser aus. Wir könnten noch versuchen, noch ein Close-Up draus zu machen. Close-Up. Immer die Sachen einfach mit Komma trennen. Die Begriffe funktionieren eigentlich relativ gut. Und dann generieren wir einfach ein neues Bild. Und zack, haben wir schon mal ein relativ vernünftiges Bild bekommen. Das ist doch schon mal ein vernünftiges Ergebnis. Ist vielleicht nicht perfekt. Aber es ist okay, oder? Ich finde, es ist okay. Wir können hier unendlich viele generieren. Und haben auch einiges an Einstellungsmöglichkeiten. Wir können hier die Bildgröße einstellen. Wobei ich sage, macht es nicht zu groß. Erstens dauert das Generieren dann länger. Zweitens kann es sein, dass es abstürzt, weil eure Grafikkarte nicht gut genug ist für die hohe Auflösung. Und drittens kann es dann zu Fehlern kommen in der Bildgenerierung, weil das Programm eher auf kleine Auflösungen ausgelegt ist. Aber wenn ihr das Bild dann ein bisschen größer haben wollt, Send to Extras. Könnt ihr das in Extras reinladen. Und dann könnt ihr das Bild resizen. Ihr könnt zum Beispiel die Größe einfach mal verdoppeln, beziehungsweise vervierfachen, weil er die Länge und Breite verdoppelt. Damit ist es dann viermal so groß. Und dann könnt ihr das Ganze auch mit den entsprechenden Upscalern, Upscalen. Das findet ihr unter Extras. Oder wenn ihr jetzt sagt, ja okay, gut, das Bild gefällt mir, aber irgendwie stimmt da vieles nicht. Dann könnt ihr auch Image to Image machen. Und könnt auch einfach das als Grundlage verwenden. Und dann generiert ihr einfach ein neues Bild aus der Grundlage. Und dann kommt jetzt zum Beispiel das raus. Oder ihr sendet das zu InPaint. Dann könnt ihr mit dem Stift, könnt ihr dann einfach einen Bereich markieren, der zum Beispiel verändert werden soll. Jetzt soll nur die Frau verändert werden, weil der Hintergrund gefällt mir eigentlich so. Als Beispiel jetzt. Und dann markiere ich jetzt die Frau als Beispiel. Und generiere das Ganze neu. Und dann macht ihr das auch. Und zack, dann habe ich den gleichen Hintergrund, aber einfach eine andere Dame dort stehen. Natürlich kann man vieles machen, vieles generieren, vieles ausprobieren. Und man hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, wie man auch sieht. Damit werden wir uns dann im nächsten Video beschäftigen. Da werden wir nämlich einen coolen Titlescreen machen für unser Spiel. Und werden uns dann mit den ganzen Einstellungsmöglichkeiten, mit den ganzen Tools, die es hier gibt, auseinandersetzen. Ihr könnt es jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren. Und ich denke mal, das Wichtigste ist eigentlich erklärt. Was ich auch noch zeigen könnte, mache ich auch noch mal auf die Schnelle. Wenn ihr das Ganze updaten wollt, ist das eigentlich relativ einfach. Dazu geht ihr wieder in euren Ordner. Stable Diffusion Web UI. Und gebt dort einfach ein CMD. Dann öffnet sich ja wieder die Konsole. Und dort gebt ihr einfach ein Git-Pull. Und dann lädt ihr einfach die neuen Dateien runter. Already up to date. Ja, ich habe es gerade erst runtergeladen. Aber damit könnt ihr das Ganze dann jederzeit updaten, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt auch bei der Web-User-Batch-Datei, könnt ihr auch einfach auf Bearbeiten klicken. Und dann könnt ihr hier einfach in die Zeile Git-Pull eingeben, in die leere Zeile einfach. Speichert ihr ab. Dann will ihr das Ganze immer updaten. Already up to date. Und dann ist es im Grunde immer up to date, wenn ihr das Programm neu startet. Okay. Gut. Ob man das jetzt braucht mit den automatischen Updates, gut sei dahingestellt. Das ist einfach nur eine Code-Zeile, die ihr einfach mal da eingeben müsst. Und dann habt ihr immer die neueste Version. Und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Gut. Dann einfach die URL wieder kopieren. Zack. Hier rein. Ups. Hier rein. Und ihr könnt das Ganze wieder benutzen in der neuesten Version dann in eurem Fall. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dort erkläre ich dann die ganzen Funktionen des Programms. Gut. Tschüssli.